Hi, ich bin Dina Reit und ich bin heute bei Ingersoll Werkzeuge in Haiga. Ingersoll ist ein Kunde von uns und ich stehe hier gemeinsam mit Matthias Krametka. Wir besuchen unseren Laser, der vor ungefähr zwei Monaten ausgeliefert wurde. Wollen Sie sich vielleicht einmal vorstellen und die Firma? Ja, willkommen, sehr gerne, danke. Ja, Matthias Krametka, ich bin hier im Bereich der Prozessoptimierung tätig, das heißt Automatisierungsprozesse. Alles, was irgendwo Prozessstabilität angeht, was Kostenreduzierung angeht, ist so mein Aufgabenbereich. Deswegen auch der Laser dann als Unterpunkt meiner Tätigkeiten hier. Ingersoll Werkzeuge ist ein Hersteller von Zerspanungswerkzeugen. Wir bieten alles an, von Bohren über Fräsen über Drehen. Das heißt, als Komplett-Sortimenter dann hier im Werk Haiga sind wir eher so im Bereich Sonderwerkzeuge tätig. Das heißt, wir haben hier Stückzahlen von 1 bis 5, die wir hier produzieren, für den Kunden zugeschnitten. Was genau machen Sie denn mit unserem Laser? Ja, wir beschriften unsere Produkte. Wir haben eine sehr große Produktvielfalt, da wir natürlich jetzt hier zig Produkte haben in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Gewichten, in unterschiedlichen Stückzahlen, waren die Anforderungen auch sehr hoch an den Laser. Wir haben kleine Produkte, wir haben aber auch ganz, ganz große Produkte, die dann mit dem Kran eingeladen werden müssen. Und warum haben Sie sich dann speziell für ein Produkt von SK Laser entschieden? Ja, wie schon gesagt, die Individualität unserer Produkte ist auch sehr hoch. Das bedarf natürlich dann auch einer individuellen Lösung hinsichtlich des Beschriftens. Und da kamen wir natürlich auf SK Laser zu. Da hat durch den Sondermaschinenbau in dem Bereich entsprechend alle Anforderungen erfüllt werden konnten. Und das war uns sehr wichtig, dass wir nicht nur zwei Maschinen oder drei Maschinen gar haben, sondern wirklich alles mit einer erfüllen können. Ja, super. Also vielleicht noch mal als Erklärung. Unsere Maschine ist ein Faserlaser, der auf einem XYZ-Portal verfährt und damit einen großen Arbeitsbereich abdecken kann. Und unter diesem Portal haben wir eine alternierende Schublade. Da haben wir quasi einen Arbeitsbereich A und B. Während A in dem Laser ist und bearbeitet wird, kann der Bereich B, B und Entladen werden. Herr Kaletka, vielen, vielen Dank. Einerseits, dass wir hier filmen durften, dann auch für die unkomplizierte Kommunikation. Das war echt klasse. Ingersoll-Werkzeuge ist der absolute Hammer. Was ich hier heute gesehen habe, hat mich begeistert. Die Produktion ist quasi wie eine Messehalle. Alles ist tiptop sauber und total viel Platz. Raum, also super, super spannend. Danke, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne, immer wieder.